Tanzkurse in Heidelberg. Hier in diesem Video geht es um Ihren Tanzerfolg, also dass Sie tanzen lernen im Umkreis Heidelberg. Wunderschönen guten Tag, Ihnen seien Sie gegrüßt. Gegrüßt von mir, dem Sean, Sean Jerome McCray. Und ich sage es den Menschen immer wieder und ich sage es gerne auch Ihnen, ich liebe es, Menschen tänzerisch zu begleiten und dafür zu sorgen, dass Menschen tanzen lernen. Und in Bezug auf Heidelberg und Tanzkurse habe ich hier eine starke Empfehlung an Sie und zwar die Empfehlung, machen Sie Ihren Tanzkurs bei Ihnen zu Hause, in den eigenen Verwenden bei Ihnen daheim, im Eigenheim. Die Empfehlung, Tanzkurs bei Ihnen zu Hause, denn die Vorteile im Vergleich zu einer Tanzschule müssten klar auf der Hand liegen. Wenn Sie sich vorstellen können, über einen Tanzkurs bei Ihnen zu Hause, tänzerisch zu wachsen, über einen Privat-Tanzlehrer, zum Beispiel von mir, dem ADTV, IHK, World Dance, Konzil, Gütesiegel, ausgebildeten Fachmann, dann habe ich die große starke Empfehlung an Sie, lassen Sie uns in Kontakt kommen für Ihren Tanzerfolg, lassen Sie uns hierfür über das Kontaktformular in Kontakt kommen oder über die Nummer 017684044661, wenn es darum geht, dass Sie im Umkreis Heidelberg tänzerisch nach vorne in Ihr Ziel hinein katapultiert werden. Die Nummer für Ihren Tanzerfolg im Umkreis Heidelberg ist die 017684044661.